steigen jetzt hier noch die pegel oder nicht also das wasser ist hier von der elbe ja ganz spannend wir rücken jetzt wieder ab und zwar sieht das jetzt nicht gut aus mit diesem wasserstand ja wir sind hier angekommen in der nähe von risa die frage ist jetzt bei dem stellplatz steigen jetzt hier noch die pegel oder nicht also das wasser ist hier von der elbe irgendwie auf höhe von den stellplatz ist ein bisschen spannend das ist ein bisschen überlaft Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das riskieren wir jetzt nicht. Ja, nachdem wir das Wasser verlassen haben, haben wir jetzt den nächsten Stellplatz gefunden, ohne Wasser. Aber dafür mit Glühwein. Die Anna macht jetzt Glühwein. Tommi hat was anderes. Tommi, du findest es cool, ne? Geht das? Ne? Wieso denn das? Hey. Baby, first press the button. Ja, geht doch. So Tommi, du kriegst auch Glühwein, wenn du nochmal Necker sagst. Ah, schön. Macht mal inneres Radio an, wa? Ja, Baby. Gut, ja, gut, ja. Was hat er gesagt? Oh, herrlich. Nachdem wir vom Wasser geflüchtet sind, stehen wir jetzt hier bei einem Dorf. Auf dem Platz haben wir in der App gefunden. Ja, guten Morgen, wir sind jetzt wieder zurückgekehrt zu dem Platz, wo wir gestern Abend standen. Und ihr seht, da haben noch welche übernachtet. Und die Elbe ist jetzt nicht weiter gestiegen. Vielleicht heute Nacht, keine Ahnung. Aber das sieht jetzt hier auch nicht so aus. Wir hätten also greifen können, aber lieber nie ein Risiko eingehen. Gerade in solchen Angelegenheiten. Wasser hat ja viel Kraft und Macht. Das muss man jetzt nicht riskieren, ne? Gerade wenn es jetzt auch so aussieht, dass das Wasser steigt. Und so war es ja auch im Internet ersichtlich. Aber schön. Ich könnte jetzt hier noch mal frühstücken. Weil das war ja der Plan, ne? Hier so schön aus dem Fenster gucken, frühstücken. Aber wir machen jetzt weiter. Wir wollten jetzt bloß nochmal wissen, wie das jetzt hier aussieht. Wie Mappet-Schuh hier drin. Mappet-Schuh! Keine Reaktion. Ich winke ja sogar noch. Tja, 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 Tja. Tja, Tja pissed. Das war's für heute. Das war's für heute. Und unten drunter waren die Ratten, weil Brot, Brot, Brot. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.